So, wir sind back, Kölle, Karriere heute geht's heran, gegen Werder Bremen hier im wunderschönen Weserstadion, wir haben einmal geswitcht, auf Adamians Position spielt jetzt hier ein Jugendspieler und zwar der gute Köhler Ne, wir haben nochmal gewechselt und, ähm, Janus Hörhorn gehen wir heute in Auszeit, dafür rückt Klünter auf die linke Seite Keine Ahnung, warum das geht, hier ist Rechtsverteidiger, alternative Position war ja Innenverteidiger, links geht er anscheinend auch irgendwie Äh, also, das verwirrt mich immer noch mit den Positionen, mal kann man, obwohl da steht ZDM, den nicht in ZDM stillen Aber in LV kann man mal kurz so, LV, keine Ahnung was hier los ist, aber passt Und, äh, ja, hier ist keins und da ist Sully, wo der Ex-Bremen? Und die Laute hier Und da ist Kühler Den will ich unbedingt pushen, der ist irgendwie übel sympathisch, aber der hat, keine Ahnung Noch weniger Schuss als Sully Wu, glaube ich, und das als offensiver Spieler ist natürlich extrem kritisch Starke macht Sully Wu Oh, der Pass kommt an, das hätte ich nicht gedacht Oh nee, eventuell abseits, ja Hübers muss wieder hier klären Hübers kommt nicht hier ran Jetzt vielleicht mal Hübers, kommt push Scheiße Oh nee, das packe ich jetzt hier gar nicht Oh nee, ich wusste, dass er nach links macht, ich wusste es so Packe ich jetzt so viel verschwören, gar nicht das Handspiel Einfach Silber angespielt mit der Hacke Oh mein Gott Wer wird deswegen jetzt hier das Spiel verlieren, ne Das wäre so ein Trümmerbruch wieder Köhler Keins unten Richtig schöner Pass auf Keins Unten wieder Sully Wu Kilian Oh mein Gott Hier bahnt sich was an Hier kommt was Hier kommt was Ich spüre was Kilian Ey Oh mein Gott Ey, war ich da einfach zweit, Alter Gut Eigentlich 0-0 Eigentlich wird sie 0-0 stehen Oh, Digga Oh mein Gott Das ist ein kranker Typ Oh mein Gott Jetzt C Er fucking 7 Hat leider mittlerweile zu wenig Tempo Komm schon Und ein Team Wichtig Ach, Scheiße Etwas Zählt er? Der zählt 1-1 Kurz mal hier ein Schümen Hector Das Ding zählt einfach Ich dachte volle Kanne abseits Zählt einfach Da wechseln wir aber direkt mal Main ein Fürs Tempo über die rechte Seite nochmal Jetzt will ich es aber hier komplett wissen 5 Tore in 12 Partien ist schwach für Ronny Das ist schwach Ich pack das nicht mehr Wie krank bist du Guck dir mal an wie der da rausgeschossen kommt Stark Hector Stark und jetzt nochmal andere Seite Andere Richtung Ah Hector kann nicht mehr Scheiße Schöner Pass Komm schon unten meine Köhler nochmal Da ist wieder Ronny 2-1 verdient Das ist der 70ste Wir müssen das Ding hier noch 20 Minuten irgendwie halten Kilian Stark Wir gehen nochmal aufs Pressing pressen Das ist immer gut Der muss raus Scheiße man Vorher sich hier noch verletzt Kacke Es war so klar Dass wir noch gasieren Es war so klar Ich glaube schon Benita lauf Meine Da ist Köhler Da ist Köhler Zeit Silke oder Zimmermann Zimmermann hat nur 60 Schuss Aber dafür 83 Tempo Ach das ist schon wieder die Scheiße Dass man hier irgendwie nur dreimal wechseln kann Oh Egal wir lassen Köhler Vorne trotzdem drin Letztens ging das irgendwann Dass man fünfmal wechseln kann Jetzt irgendwie nicht mehr Schon wieder Keine Ahnung was hier los ist Schön Richtig schön auf Ronny Kurz mal drei Tore gemacht Hier der Typ Ah schade Ich dachte Schindler kommt Doch jetzt kommt Schindler nochmal durch Schindler kommt durch Ecke von Schindler Kommt nicht an Jetzt nicht hier Verkacken nochmal Komm schon Benita Gib alles Scheiße Kilian push dich Richtig gestört Oh mein Gott Toh was ist mit vorne Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Oh das Ding weg Oh das Oh scheiße Digga ich dachte Ich dachte es schon Schon über Nein wenn wir jetzt Deswegen Dings kassieren Kilian Bleib dran Bleib stark Oh mein Gott Horn sicher Komm Sicher Wir nehmen die drei Punkte aus Bremen mit So Und nicht anders Drei Tore Drei Versuche Von unserem Ronny hier Ich hab noch was vergessen Zu sagen Ich hab letztes Mal Off Noch Leonardo Bittencourt Geholt Baby Ähm Im Tausch glaube ich Mit Oh wir haben irgendjemand getauscht Aber dann hab ich Einen Fehler gemacht Ich hab noch drei Millionen Oben drauf Ich weiß nicht wem wir getauscht haben Und dann plus drei noch Es war irgendwie ein F-Transfer Weil ich nicht aufgepasst hab Und Götze hat mich auch angefragt Aber die wollten einfach mal 35 Millionen Digga Das hab ich nicht eingesehen So Als nächstes Oh Hoffenheim hab ich da glaube ich gesehen Als nächstes Ja Gegen Hoffenheim Hoffenheim Ist Zehnter 37 Ey Wir kommen näher 15 Punkte Noch zwei Dann sind wir schon mal Ja drei Dann sind wir auf dem 16 Wegen der Tordifferenz Die ist halt kritisch Drei Punkte noch Dann sind wir auf 16 Nächstes Mal Gegen Hoffenheim 30 Punkte haben die Da seh ich uns Auf geht's